Musik Herzlich Willkommen auf der Exxon Scounties. Wir freuen uns, Sie begleiten zu dürfen auf der Reise Holland-Belgien. Mit Sicherheit sehr spannend, sehr romantisch und sehr interessant sein wird. Es freut mich, Ihnen zeigen zu können die Städte Amsterdam, Rotterdam und fahren wie nach Genst, nach Belgien. Von Genk geht es dann nach Antwerpen, Kassels weiter nach Maastricht. Von Maastricht wird es zurück nach Nimmwegen gehen, wo die Reise dort finden wird. Hiermit wünsche ich Ihnen und allen eine wunderbare Fahrt, schönes Wetter, viele Erlebnisse. Genießt Sie einfach die Reise. Musik Rechts auf dem Platz ist die Norderke. Amstram ist die Mittealter einer katholischen Stadt, 22 Kloster. Musik Musik Man entdeckt jetzt genau, wo man Airbnb hat. Die Touristen, die machen die Vorhänge zu 30 Tage pro Jahr maximal. Musik Liebe Gäste, gehen Sie mit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020